Das ist wirklich sehr praktisch. Wer will denn da schon runterklettern? Das ist wirklich sehr praktisch. 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 Ich fahre mal wieder durch. Das ist wirklich sehr praktisch. 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 Was ist das? Das war's für heute. Ich krieg die Krise. Er hat sie angenommen. Ach komm, fahr doch nicht da mit 100 kmh drüber. Ah. Hi Klaus. Oh. Jetzt geh ich da ja, weil wir es sind. In der Grau. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wee! 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 Halt! Stop! Da ist... Ah ne, da kann ich das machen. Ah! Das ist ja noch nicht. Das kann man dann auch. Ach, das kann man... Schieb! Ja, außer aus dem Scheiß. Hey! You can stuff your taboos! W-what's that? A faith. They join with the summoner, and together receive the Aeon. Their human souls, imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Yuna! Yuna! Wait, don't come out! There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Haha, of course it will. Let's go. The High Court of Yevon is now in session. The High Court of Yevon. The High Court of Yevon. The High Court of Yevon.